Hallo und herzlich willkommen zu Part 65 von Legend of Zelda Wind Waker HD. Wir befinden uns jetzt in dem Sephir-Tempel, glaube ich. Da ist eine Kiste unten, deswegen gehen wir dann nochmal kurz runter. Achso, ne, ist es nicht. Okay, dann nicht. Ich dachte, da war eine unten. Sorry. Ich glaube, die Tür können wir nicht öffnen ohne ihn. Und nö. Ich glaube, die Tür kennen wir nicht. guck ich muss kurz sie nix mehr das war das jetzt Oh-oh! Das ist so stressbehaftet, das Ganze. Egal. Das ist so stressbehaft. Das war ja mal klar Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal die Labyrinthkarte, das ist ganz gut Stirb Das war's für die Labyrinthkarte, das ist ganz gut Das war's für die Labyrinthkarte, das ist ganz gut Das war's für die Labyrinthkarte, das ist ganz gut Das war's für die Labyrinthkarte, das ist ganz gut Jetzt hab ich ein Problem, weil eigentlich wollte ich da hoch Na ja Wir müssen ja eh da runter, also von dem her ist mir jetzt eh egal Ist das die Grube dann, oder das hier? Das werden wir gleich feststellen Denk mal, dass das da unten die Grube ist Wenn ich jetzt ganz umsonst runter gehüpfelt bin, aber hey Ah, hier geht's Ah, hier geht's Ja, okay, now Ja, okay, now Das ist ganz gut Okay, das ist auf jeden Fall nicht lang genug Dass ich zum Makulos komme, also muss ich da hin Ja, okay, now Ich bin jetzt Hier geht's Ich bin jetzt Tsch. Wenn ich jetzt noch einmal stirb, dann wein ich. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin, da bin ich hergekommen, glaube ich. Wo muss ich denn jetzt hin, da bin ich. Natürlich habe ich mich genau um eins verschätzt, das war ja klar. Wer ist denn das? Das ist bestimmt der Postbote, bei uns hat es nämlich gerade geklingelt. Jetzt keine Lust aufzumachen. Yay, wir haben es geschafft. Eine Kiste, wir haben eine Kiste gefunden. Ein kleiner Schlüssel, sehr schön. Toll. Das macht mich jetzt überglücklich. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Like, kommentiert, abonniert. Bis zum nächsten Part und tschüss.